Du hast einen stressigen Tag vor dir? Hast wenig Zeit in der Mittagspause oder bist abends ausgelaugt? Hier gebe ich dir einige vegane Rezepttipps, die in solchen Momenten super schnell gehen und sehr gesund sind. Nach dem Aufstehen kannst du dir ein Porridge mit deinen Lieblingstoppings machen. Die Kohlenhydrate der Haferflocken geben dir Kraft für einen anstrengenden Tag. Für Pasta kannst du dir aus getrockneten Tomaten, Basilikum und Pinienkernen auch schnell ein eigenes Pesto basteln. Aus Weiß- oder Schwarzbrot kannst du dir mit etwas Öl und Knoblauch selbst ein Knoblauchbrot machen, das du snacken oder als Beilage verwenden kannst. Mit Falafeln und Tortillas und mit wenigen Zutaten wie Salat, Tomaten oder veganer Joghurtsoße kannst du dir schnell ein Falafelwrap zusammenrollen. Aus Tomate, Gurke und deinem anderen Lieblingsgemüsen kannst du dir einen Salat zusammenschnipseln. Durch die Zugabe von Couscous bekommst du ein lauwarmes und zärtigenderes Essen. Aus wenigen Zutaten, von denen du einige sicher ohnehin daheim hast, kannst du dir einen leckeren und schnellen Linseneintopf basteln. Auch eine leckere, deftige Polenta ist schnell zubereitet. Dazu kannst du viele Beilagen nutzen, beispielsweise angebratene Pilze. Für mehr rund um gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit kannst du gerne ein Abo dalassen.